Jörg gekommen nächsten Barthes der gepflegten Unterhaltung bei Alice Metzlons ich bin der Kapeller und auch immer wieder Herzlich Willkommen heute mal eine etwas andere Ansprache für den Anfang wurden wir werden gleich A1 siehauen freundliche oder warum man das sind die andere bieten ihr Märtyrer das können wir natürlich nicht dulden lassen entschuldigt für den Kneim kleinen Schnuppe das Alice weiß was sie tun das ist schrecklich oh große Raupe warum hast du uns verlassen die Tür ist verschlossen nur wer die Glocken in richtiger Anfolge erklingen lässt kann sie öffnen eine zweifelhafte Ehre nehme ich an Alice kann das schaffen sorry dass das so laut ist A1 die ist in mein Gedächtnis eingebrannt wie Funkel Funkel Fledermaus wir wissen Bescheid die ist unsere Brüder Funkel Funkel Fledermaus so klar ach so ich habe er gesagt in der letzten Aufnahme dass wir unsere Waffen Upgrade wir können alles Upgrade was passiert wenn man das auf Nummer 3 Uhr machen für 710 Lo jetzt sieht es ja mal übelst Pornös aus das Pferd will nur in das Einhorn der wird wahrscheinlich ordentlich Schaden machen bis jetzt bin ich das eigentlich ganz plausibel also eine ganz alternative Waffe die rotzt ordentlich und bis jetzt können wir immer eine Waffe gebrauchen eine Verteidigungshaltung des Gegners relativ zügig durchbricht und das ist ja nun mal mit dem Steckenpferd nur mal das Beste das sieht nach einem großen Kampf aus gerade Scheiße er wusste es doch ja 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 ich werde erst mal die kleinen machen auch weggenatzt oh das war knapp da oben ist auch noch eins Hammer wo die überall sind ey so mein Freund so mein Freund so mein Freund weiter ey ich hasse diese Hammer da die 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 sie haben sammeln. Ach, da sind gar keine mehr. Wir haben's. Meine Güte, was ein Kampf, wollte ich sagen. Oh, diese Erkältung ist schlimm, oder? Ich meine, da zieht mir schon immer schön Pullover an, verdammt. Leu, wird man da fast vorbeilaufen möchte. Warum was jetzt Platz gemacht? Sind jetzt irgendeine versinnbildliche Bedeutung für mich? Ne, hier geht's ja schon wieder weiter. Na gut, machen wir weiter. Das war hier mal so langsam Richtung Exitus kommen in dieser Welt. Wusstest doch das wieder oben landen. Und eine Rutschpartie wieder mit Alice. Aber wir machen's ja gerne mit Alice. Klingt falsch. Wir genießen ja den wow AUDIENCEY-S-Flug mit Alice hier gemeinsam. Denn so eine Rutschpartie möchte man noch meinen, dass man diese im Wagenleben doch nicht so praktizieren kann. Außer Heidepark vielleicht, wie auch immer. Ja, warum nicht noch schneller? Damit ich auch als Kapelle... Öh! das war skill und mit Absicht das war eigentlich mehr Glück gerade dass ich da nicht runtergerauscht bin wir haben noch genug Herzen was ist das denn hier naja verstehe das war knapp Prozent Prozent wir müssen da lang Eier Eier das sieht noch wieder viel viel Hüpfen und Rätsel aus war gut dass die 10 Uhr uns einen Weg weisen ach so gibt es gar nicht wir holen mal das Messer raus Alice geliebte Alice das kann ich vergessen von da aus was haben wir denn hier Gegner auch diese Gegner sind mal wieder nothing so das hat bestimmt eine Bedeutung ich sehe gerade ach herrje und das alles noch mit Zeit ihr seid doch Humpel Peters ich muss erst mal darauf würde ich sagen sie setzen Witz oder die wie sich auch noch doch Leute sind ich noch was versteckt nicht dass ich wieder was verpasse denn ich bin ja so ein kleiner Sammelfreak für alle die Alice auch spielen die wissen eigentlich dass man hier im Spiel immer was verstecktes findet daran hat es bis jetzt nie gefehlt in dem Spiel ich hab nur gerade ein bisschen Panik dass ich hier das ist fies ach wieder Monster nimm mal mit das ist auch gar kein Problem wir haben so oder so gar keine Chance gegen uns also nicht nicht wenn Alice das Messer jedenfalls in die Hand nimmt aber habt ihr das da gesehen? man kommt da irgendwie hin wir hoffen doch dass wir durch die Höhle da diesen oder kann man es kaputt machen? nee, das kann man nur nicht wirklich übersehen möchte ich meinen mit ein bisschen noch eine Flasche aber ich muss mich jetzt nicht so auf jeden Fall mal informieren was diese Flaschen jetzt ich bringe sich habe ich bis jetzt nie diesbezüglich Prozent informiert darüber Prozent würde mich doch mal interessieren was sie mir denn bringen bevor ich hier erst mal Prozent und Adiosos keine Gegner die wir nicht besiegen können Prozent auch wieder das Symbol für böse Monster na komm, zeig dein Gesicht ja, zeig mir wie schön du bist naja, schön ist was anderes aber damit haben wir das anscheinend auch schon hier Alice, da sind noch Zähne ja, wohl ach ja, ich verstehe ein Fehler ich hab hier ein Problem aber natürlich für uns gibt es keine Probleme Alice ist natürlich mal wieder geschult in allem und weiß jedes Problem zu lösen so wie es auch schon immer war ja, und unsere Steingötzen bewegen sich weiter und das gefällt mir nicht ich mag sowas nicht so, das sieht mir aber sehr instabil aus da müssen wir auch, glaube ich, so lang davon mal abgesehen nein, müssen wir nicht und das Ganze dreht sich nochmal und wir dürfen weiter meine Güte wie komplex das doch hier aufgebaut ist muss man doch mal dazu erwägen aber auch das haben wir geschafft meine Güte ok, jetzt kriegen wir Gegner hat er nicht ausweichen Leute, die sterben schon von zwei Hieben vor waren sie drei also da mussten alle treffen ne, die gehen nicht kaputt schade da ist ein kleines Versteck auch wieder sehr übersichtlich und wieder eine Flasche ja, mehr nicht ne nein, mehr ist hier nicht weil ja, ist meine Hausaufgabe für den nächsten Part ich informiere mich was diese Flaschen bei Alice sein sollen damit ich endlich mal konfirm bin was das betrifft und was haben wir hier was verstecktes verdächtig verdächtig, dass da nichts ist so und auch nicht warum aber anscheinend soll's das gewesen sein Ladevorgang hüte dich vor dem Verfallsresten nach einer Attacke des treibenden Verfalls joa und schon sind wir hallo eine Brücke wird den Pfad vervollständigen aber diese Substanz versperrten Weg hilfst du uns sie zu entfernen ich glaube ich habe das geeignete Werkzeug oben am Gipfel wirst du den Eingang zur nächsten heiligen Höhle finden danke Opa und ich würde meinen das war auch erstmal der Part von Alice und wir werden uns im nächsten Part weiter in in diesen weiß nicht was ist das hier Holzhaus Prozent Baumhaus hört sich jedenfalls auch sehr sympathisch hier an also braucht seid wieder im nächsten Part dabei und ja denn werde ich euch auch mal sehen wozu diese Flaschen da sind bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin